her joe Leute, da bin ich mir der IT-Chair und herzlich willkommen auf meinem Kanal äh ja im letzten Video haben wir den Robert gejagt und ja wir sind ja mit Merlin hier und sie wollen mir was zeigen also ich bin schon viel Spaß an schauen Leute ok machen wir die auf sorry ich hab na, ich dachte, das wird automatisch, aber ne ok, hast du aufgenommen? ich werde leben ne ne bevor ich weitergehe, ich will von dir ein bisschen rumschauen hier ja, ich weiß, ich muss noch irgendwas ihr macht jetzt nicht so dass ich rumschau ne so wie gesagt, ich spiel blind hier, ja ich kenne das Spiel ja nicht aus ok ok achso, sie ist da drüben das ich werde ich werde das ich werde das Oh, I'm private. Ah. Okay, the clothes. Untertitelung des ZDF, 2020 Stay quiet. Yeah. They're out in numbers today. They're out in numbers today. They're out in numbers. geht war fiktik gar nichts Gott, dammeh, sie haben mehr und... No. Goodbye, Freund. Wir sollten gehen, Marlene. Es wird wohl mehr Soldaten auf der Weg. Du bist richtig. Let's move. Oh, bevor ich weitergehe, man sehen, was sie im Lager haben. Irgendwas muss es doch sein. Ich kann jetzt leider zu Blix da haben. Irgendwas. Okay, ich will hier eine Sackgasse sein. Das ist nicht. Dann Bachstern hat mich voll. Okay, dann lass uns gehen. Ja, da sind viele von uns. Das ist ähnlich wie ein bisschen an Zombie-Seiten mit Menschen und so weiter. Äh, Zombie-Seiten sage ich. The Walking Dead mining. Ähnlich wie The Walking Dead. Nur ein bisschen anders. Oh, das ist hoch. Okay. Scheint so, hat hier irgendwas geheimes ist. Irgendwie wäre es geheimes ist. Ja, dann... Ja, dann... Gute Frau. Du hältst durch. Ja, gut, dann auch. Ich bin. Kurkjü ist jetzt in full effect. Anyone caught outside, without proper authorization, wird be arrested und prosecuted. Ich habe Luis Mugg. Ich sehe ihn. Danke. Kurkjü ist jetzt in full effect. Anyone caught outside, without proper authorization, wird be arrested und prosecuted. Ich habe ihn mit mir. Ich habe ihn mit mir. Ja, gut. Komm jetzt raus. Komm jetzt raus. Geh weg von mir! Geh sie weg. Oh. Du bist ein bisschen jung, nicht? Sie ist nicht eine meiner. Oh, sch***. Was ist passiert? Nehm dich, das ist fixabel. Ich habe mir Hilfe. Aber ich kann nicht mit dir kommen. Dann bin ich. Ellie, wir werden nicht mehr ein paar Mal an das. Wir schmuckern sie? Wir schicken sie auf dem Kapital. Das ist nicht genau so nah. Du bist wunderschön. Du siehst, komm zurück, die Weben sind deine. Duwst was Robert hat mir gesagt. Spendlich, wo sind sie? Back in unserem Camp. Wir sind nicht schmuckern, bis ich sie sehen. Du folgst mir. Du kannst verifizieren die Weben. Ich kann mich verabschieden. Aber sie ist nicht mit dem Teil der Stadt. Ich will Joel nach ihr. Ich glaube, ich glaube, das ist der beste Weg. Wie Sie sie kennen? Ich war mit seinem Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in einem Jamm war, kann ich ihn verliehen. War das vor oder nachdem er die kleine Militiergruppe verlassen? Er verlassen Sie auch. Er war ein guter Mann. Er war ein guter Mann. Sieh, einfach nach der Norte und warten für mich da. Jesus Christus. Er war nur Cargo, Joel. Wir wollen nicht mehr. Wir werden gut. Jetzt geh mit ihm. Keine Zeit. Und du, bleiben Sie nahe. Los geht's. Okay. Ellie hat sich die kleine, ja? Okay, Ellie. Oh. Ich hörte all das Schütte, aber... ... was passiert? Fireflies. Die Dinge werden uns passieren, wenn wir nicht auf der Straße gehen. Sie sind die Probe. Ich will einfach mal auf dich. Ah. Okay. Ach, der Pfad. Ah, okay. Dann weiß ich die Bescheid irgendwie. Woher ist die Pfad, oder? Ah, okay. Ich sehe. Okay. Dann ist die Pfad, oder? Ali. Ali! Ali! Ja, den Namen kenne ich noch, äh... Dead Bay 2 und 3. Ähm... wohin jetzt? Wenn ich fährt durch, wo dann? Nein! Hä? Wo bin ich jetzt? Wenn ich fährt durch, wo dann? Okay. Okay. Ah, ah, okay. Down hier. Keep up. Attention! Harboring ordating one of the criminals is punishable by death. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Okay. Ali, kommst du ... Okay. aber auch mit auch mit auch also geht doch Ich weiß nicht, sie ist meine Freundin, ich glaube. Dein Freund? Dein Freund ist mit dem Leiter der Firefly. Was hast du, 12? Sie wusste meine Mutter. Und sie hat nach mir geschaut. Und ich bin 14. Nicht, dass das nichts zu tun hat. Wo sind deine Eltern? Wo sind die Eltern von jemandem? Sie sind lange, lange Zeit. Und ich bin 14. Also, wenn ich die Eltern nicht in der Schule bin, du hast uns zu gehen und die Firefly, ist das? Ich bin nicht so, dass du dich nicht sagen kannst, warum du mich schraubst, wenn du das bist. Du wirst nicht die beste Sache über meine Arbeit. Ich muss nicht wissen, warum. Ich bin ehrlich, ich kann zwei Scheiße mit dir machen. Das ist gut. Gut. Also, ich bin 14. Also, wenn ich mich so jung bin, dann bin ich 15. mit 14 so klein ich meine ich ja durchspiel heute könnte sich verlaufen Prozent Prozent Was machst du? Möge Zeit. Was soll ich machen? Ich bin sicher, dass du das herausfühst. Die Böcke ist verletzt. Die Böcke ist verletzt. Du schlägst in deinem Schlaf. Ich liebe schlechte Träume. Ja, mir auch. Du weißt, ich nie bin so nah, nach außen. Schau mal wie es ist. Es kann nicht so schlecht sein. Kannst du? Die Feuerflüge nicht mit dir. Hey, sorry, dass es so lange dauert. Wie ist Marlene? Sie wird es machen. Ich habe die Merchandise gesehen. Das ist viel. Kannst du das machen? Ja. Ja. Jetzt noch eine Nacht noch rumzuspazieren zu gehen. Echt? Dein Ernst jetzt? Ich denke, es ist ein bisschen strange, dass sie uns machen lassen. Marlene wollte es selbst machen. Das nicht so ernst. Wir sind nicht der erste Folge. Wir sind der zweite Teil. Ich habe viele Männer sollen. Die Beggars nicht sein. Ich hoffe, dass jemand sei Dank für uns. Ich hoffe, dass jemand誰 weiß. Wer sein will. Wir sind da. Und der sein wird. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Die Fireflies, ich habe all den Weg von einer anderen Stadt gelebt. Die Frau muss wichtig sein. Was ist das Problem mit ihr? Eine Frau von Big Wig oder etwas? Etwas so. Wie lange dauert das alles? Wenn alles wie planiert ist, wir sollten sie in ein paar Stunden kommen. Ellie, als wir rauskommen, ich brauche Sie zu folgen und bleiben zu. Ja, wir sind. Schauen Sie, ob die Flucht ist klar. Okay. Jetzt, warte. Es gibt eine Katastrophe. Okay, wir sind gut. Komm her. Komm her, Kind. Okay, wir waren zur Daten. Die Lippertif-Dimension-Code-Long. All right. Put your hands on your head. This is Ramirez at Sector 12, requesting pickup for three stragglers. Understood. Look the other way. We're gonna make this worth your while. Shut up. Ah, shit. Mm-hmm. What's ETA? Couple minutes. Oh, fuck. I thought we were just gonna hold him up or something. Oh, shit. Look. Jesus Christ. Marlene set us up? Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? Was this lying? I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's three weeks old. No, everyone turns within two days, so you stop bullshitting. It's three weeks. I swear. Why would she set you up? I ain't buying it. Oh, shit. Jesus. Run. Run! Go! Go! Move! Holy shit! I got two dead uniforms. Follow me. Quickly. Run. Run. When I give you the signal. We run. Signal. Run. Got it. Now. Run. Stay away from the flowers. Okay. Two waves are going to gain. Left. Ja, brauch doch Ellie. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Sie müssen ihn durchführen. Checktate Prinsen. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib zurück. Paul Jones. Paul Jones. Ich bin nicht da rüber. Nein, nein, nein. Go, go! Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Wirklich? Was? WAP. WAP. Was? WAP. 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 Ich höre ihn voran. 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 Komm schon. Ich weiß doch, wo was geht. Okay. 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 Are we safe? No. They're still around. But take a moment to catch your bed. Joel, see if there's anything we can use in here. Yeah. Hey. It's a stupid stool. There's a little glue on the bottom. There's something else. And. And that's it. Okay. I think we can make it through here. Oh. Stay very close, Ellie. Okay. Whoa, 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 whoa. Jesus. Now they're up. They're calling us back. They're turning to the wall. You heard the man. Let's go, let's go. Come on. Okay. Go, go. Hey, they're gone. Oh, they're gone. Schau, was war der Plan? Wir sagen, dass wir dich an den Fireflies deliverieren. Was dann? Marlene, sie sagte, dass sie ihre eigene Quarantin-Zone haben. Mit Doktor, sie sind immer noch versuchen, eine Hilfe zu finden. Ja, wir haben das vorher schon gehört, ja, Tess? Und das... Was, was mir passiert, ist die Schlage für eine Impfung. Oh, Jesus. Was hat sie gesagt? Oh, ich bin sicher, sie hat es. Hey, fuck you, Mann, ich hab das nicht gefragt. Ich auch nicht. Tess, was wir hier machen? Was, wenn es wahr ist? Ich kann nicht... Was, wenn, Joel, und wenn wir so weit sind, können wir es einfach enden. Ich muss dich erzählen, was da draußen ist? Ich verstehe. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen hat. dann kommen wir nach Gleichnar weiter. äh, gib mir ein Däumchen hoch, ob sie das gefällt oder nicht. Und über die Kommentare und über die Däumchen hoch zu geben, wenn wir mich sehr freuen. Also, ich wünsche euch einen Spaß. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Ja, danke.